Ungestörtheit Ungestörtheit ist das Substantiv zu ungestört. Ungestörtheit bedeutet, dass man durch nichts gestört wird. Stören heißt jemanden unterbrechen, den ruhigen Fortgang behindern, belästigen, was nicht in einen Zusammenhang hineinpasst, stört. Ungestörtheit soll heißen, dass man eben nicht gestört werden will, dass man nicht belästigt werden will. Und Menschen heutzutage würden sich freuen, wenn sie ungestört arbeiten könnten oder ungestört ihrem Hobby nachgehen könnten. Es ist wichtig, dass man sich Phasen schafft, in denen man ungestört ist. Der Mensch braucht ab und zu mal ungestörtes Arbeiten, ungestörtes Entspannen. Und so gilt es, sich Freiräume zu schaffen, Privatheit zu schaffen, denn in Phasen der Ungestörtheit kann man vieles bewirken, neue Energie bekommen und sich regenerieren.